Das sind nicht Schweizer, für mich sind das keine Schweizer, schaut, ich bin nicht Rassist, aber es ist doch keine Schweizer. Da versucht es ein bisschen, er hat ein bisschen den Fischmau, Rodriguez, da ist Karanovic, da, das ist der erste Schweizer, damit wir, schaut mal an, in der Seite, da der Jugo-Klopf, ja der schiesst mich an, der grimmt nur schon, den anzuschauen, der Schachtel grimmt, typisch, nein, schlimm, es rett mich auf. Da, das ist der Zauber, der Schweizer, der Wedi, er singt, schaut es an, schaut den Freuler, er singt, der Schär, das nervt mich eben, und da, der Sommer, das ist sowieso das Vorbild, da, der Schachtel, super Vorbild als Käpt'n, ein Arschloch, ich kann nicht anders sagen, es rett mich auf, da, klatsch doch, du Arschloch, du Blöde. Sehen Sie den Köpfe?